Dass wir die Ersten waren und seit 65 Jahren Markt- und Technologieführer auf dem Gebiet sind, hat uns nicht davon abgehalten, unsere Kontrastsensoren noch besser zu machen. Ausgestattet mit neuen Technologien bieten wir unseren Kunden jetzt noch mehr. Mehr Performance. Höhere Tiefenschärfe und Tastweitentoleranz für eine noch zuverlässigere Detektion und Prozessstabilität, auch bei hochglänzenden und flatternden Materialien dank TwinEye-Technologie. Mehr Einsatzmöglichkeiten. Der neue KTS-KTX vereinheitlicht Kontrast- und Farbsensor in einem Gerät. Mehr Feedback. Einfache und schnelle Visualisierung über das neue 7-Segment-Display. Mehr Tempo. Mit bis zu 70 kHz Schaltfrequenz und 3 µs Jitter die schnellsten und genauesten auf dem Markt. Mehr Kommunikation. Dank IO-Link bereit für die Herausforderungen von morgen. Im bekannten Lochbild oder innovativen Gehäuse für Maschinenkonzepte von morgen. Die neuen Kontrastsensoren von SIG. Schneller, kleiner, besser. Sonst ändert sich nichts.